heute für euch im test die reibkopf knaller von pyroart hatte ich persönlich noch überhaupt nicht deswegen mal zum testen bestellt die nem pro böller beträgt 0,5 gramm natürlich klasse 2 oder kategorie 2 ja recht viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen sind halt typische reibkopf böller zu viel wird man wahrscheinlich nicht von denen erwarten können allerdings finde ich es schön dass ein eine kleine reibe fläche mit enthalten ist und ja dann wünsche ich euch viel spaß bei der zündung ja 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 ja